Aaaaaaah Ja, dann lasse ich das mal in meinem Kilo an Na, du hast ja auch nie gesagt mal, danach hast du's mit einer Banane bei mir probiert Nein, ich weiß dir das mal Immer, ich probier's jetzt Bananenschießen bei Julius Ja, eins, zwei, drei, Filme Bananenschießen bei Julius Latschenmutter Weißt du, dann wird direkt in den Mund schon Geht nicht Jetzt hin geht das Du hast immer Latschenmutter Hahaha Das hat der gute gesagt, so schlecht Die ganze Banane aufbohren Du isst sie jetzt auf Du isst sie jetzt auf Du isst das auch auf Du isst das auch auf Aber das ist wie am Hals Ja, ja Tobi